Servus meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr habt schon nachgefragt, wann denn mal wieder ein Vault-Opening-Video kommt und die Antwort ist jetzt. Denn letzte Woche muss ich ehrlich sagen, ich hatte auch nur mit der Eule so einen Crap da drin, dass, weiß ich nicht, ein Video einfach nur, dass ich da die Splitter rausziehe. Wie wäre es nicht wert gewesen? In diesem Sinne, heute haben wir wieder zwei Chars, wo zumindest hoffentlich ein bisschen was dabei ist und ich werde jetzt versuchen, in den nächsten Tagen und Wochen auch wieder ein bisschen mehr meine Twings ranzuziehen. Also da sollte dann auch ein bisschen was mehr gehen. Gucken wir erstmal bei der Eule. Zwei mögliche Items über Mythic Raid und... Oh Baby. Genau das Ding, was ich letzte Woche schon drin hatte und nicht brauche. Ja, der Kopf ist an und für sich nicht schlecht. Hasteverse und noch mit Sockel. Aber er hat halt leider nicht diesen Domination-Socket, den ich, und da ich fast nur Raid spiele im Moment, ist das ziemlich ungünstig. Wenn man so ehrlich ist. Gucken, was kann ich mir für diese Marken holen. Also klar, ich könnte mir jetzt den Hell mitnehmen und vielleicht mal ab und zu im Mythic Plus spielen oder so. Aber, ähm... Ja, es wird halt so sein, dass... Das so gut wie nie der Fall ist. Zumal ich auch im Raid gleich beim ersten Boss an 2,52er Mythic Kopf kommen könnte, deswegen fuck it. Nehme ich jetzt, ähm, diese Dinger mit. Ähm, ich glaub nicht. Weiß ich nicht. Im Raid ziehe ich den Kopf eh nicht an. Kann ich mir nicht erlauben. Und... Für Mythic Plus... Ich hoffe ja, dass ich die, die, die vielleicht mal Lootglück habe. Mit nem... Mit nem Mythic Kopf im Raid. Das würde die Sache schon mal wesentlich einfacher machen. Aber auch ansonsten davon ab. Selbst wenn das jetzt nichts wird, ich bereue die Entscheidung nicht so wirklich. Da ich ganz einfach... Ja, mit diesem Domination Socket System, du bist halt auf gewisse Items echt gelockt. Du bist auf gewisse Items einfach gelockt. Zumindest wenn du raiden willst. Und ja. Dementsprechend. Kein Glück gehabt. Schauen wir also noch beim Hunter rein. Da ist es sogar aktuell noch ziemlich wurscht. Da ich da, äh, nicht mal Domination Sockets habe. Beziehungsweise nur 2. Also da kann eigentlich so ziemlich passieren, was will. Es würde mich nicht allzu hart treffen. So. Ran geht's. Schatzkammer open. Und dann gucken wir mal, was da drin ist diesmal. Äh, Techno Spulen Beinschützer. 2.36, Haste Mastery. Ja, Crit wär cooler gewesen. Nichtsdestotrotz werden die wohl ein Upgrade darstellen. Ließen sich ja dann theoretisch auch noch hinten raus upgraden. Das fände ich den Erfolg tyrannisch inspirierend. Beebend. Ja. Gut. Ist okay. Nehmen wir mal mit. Ähm. Bringt uns auf 2.25. Muss jetzt mal sehen, dass ich hier langsam, weiß nicht. Am besten wär's eigentlich mal über einen HC Raid ein bisschen Gier rankriegen. Auf dem Hunter. Und vor allem auch die Sockel. Damit's da mal ein bisschen vorwärts geht. Weil über Mythic Plus geht es doch teilweise echt ziemlich langsam das Gieren. So. Dementsprechend. Äh. Gar nicht so ertragreich heute wieder. Eule 244,2. Hunter 2.25,4. Okay. Müssen wir jetzt mal schauen, was die nächsten Tage noch so bringen. Im Raid und so weiter. Aber ja. Kann man jetzt nichts machen. In diesem Sinne. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was bei euch so drin war. Bin sehr gespannt. Und damit bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Reingehauen.